Scheint so. Nice. Tolle Synchronisation. Nice. Gibt's was? Was man so flüstert. Nichts handfestes momentan. Ich weiß, ihr interessiert euch für ungewöhnliche Dinge, wie alte Tempel und Geister und Geschichten aus grauer Vorzeit. Aber bis jetzt haben meine Jungs nichts aufgeschnappt. Keine Gegenstände oder Artefakte, die durch euren Schwarzmarkt wandern? Nichts Neues. Ein paar alte Waffen. Etwas Schmuck jedoch, nur gemeines Diebesgut. Ich sollte ja auf Gerede über Leuchten, Summen und Visionen achten, oder? Und davon ist nichts zu hören. Bleib dran. Oh, werde ich. Ihr habt mir sehr geholfen, Mister. Und diese Schuld werde ich begleichen. Dreifach, wenn es sein muss. Danke euch, Thomas. Ein Schlafplatz und etwas zu essen ist Dank genug. Sorgt euch nicht. Ich werde schon etwas finden. Jo. Der ist auf jeden Fall krass dran. Allerdings werde ich jetzt einfach die Mission weitermachen. Hier die neue Hauptmission mit der Nächste auf der Liste. Guten Abend, Gentleman. Schau mal. Ach bitte, Charles. Ihr werdet ihn bald mögen. Ui! Catherine, alter Schabracke! Her mit dir! Papa braucht nen Drink! Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders gern entjahnd auf was Kraft. Befreit sie, dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Fürchte nicht. Benjamin Church aber. Er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste? Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Wohl an. Ach, Charles. Dieser kleine Streber-Junge. Egal. Nicht schlimm. Hauptsache, er hilft mir weiter. Und, äh, ist mir treu. Das ist das, was zählt. Ich werde erstmal ne Hauptmission machen und dann mal sehen, wie es weitergeht, ne? Ganz sicher nicht. Keiner dieser grobschlechten... Wunderbar. Charles? Sir? Wir sind wohl nicht die einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Ich zeige euch, wie. Nachher das belauschen Ding. Sie drohen uns mit Feuer und Schlägen und allerlei Müsse. Seit 20 Jahren bringen Fred's Postkutschen, Boston, Philadelphia und New York mehr zusammen. Sollen wir seiner Familie schreiben? Was meint ihr? Wir sollten uns nicht einmischen, auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Aber wenn ihr es gesehen hättet. Sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichen Tag, unerhört. Auf geblasener Kran, alle Weber. Der geschätzte Handwerker, Peter Witzel, lädt zur Demonstration seiner neuesten Wehtstühle. Morgen, willkommen in den Donnerstag, Walker. So, verstecken. Und wenn er ein anerlöses Benehmen von einem, der Chirurg werden will, kann er vergessen, wenn er weiter so viel trinkt. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern wären sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt. Bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten. Befragt zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. Was Höheres ist immer gut. Charles, du sammelst Infos. Ich suche mir etwas Höheres. Und dann suche ich mir auch noch ein paar Infos raus. Sorry, Madame. Ich werde sie nicht länger... Das war jetzt nicht ganz, wie ich gehofft habe, dass es funktioniert. Aber gut. Kann ja nicht. Die Hälfte des Lebens ist direkt weg. Naja, was soll man machen? Ja. Es geht weiter. Wir suchen immer noch unseres. Aber wir haben unser Gebäude gefunden zumindest. Kann man schon mal sagen. Und werden jetzt darauf klettern. Ist ja jetzt alles ein bisschen einfacher gemacht worden. Alles vereinfacht worden. Gefällt mir jetzt nicht mehr so, weil man jetzt nicht mehr so das Feeling hat. Aber was soll man machen? Es ist nicht schlecht. So ist es nicht. Ich fand das alt und besser. Und ja. Da sind wir jetzt auch schon. Und synchronisieren. Dann höre ich mal zu. Mit ein bisschen Glück. Das ist einer von denen, wo Benjamin ist. Was mache ich denn hier? Ich habe die Herolde gefragt, aber sie wissen nichts. Vergiss es. Die Lügen. Nein. Was soll ich tun? Drogen bringen nichts und ich will nicht buckeln. Taten sagen mehr als tausend Worte, mein Freund. Pack einen von ihnen an den Schaltstock. Mal sehen, was ja dann so bravelt. Wenn ich das ohne Grund tue, singen sie weit Lieder über uns. Das letzte, was wir brauchen, sind Stadtschreier, die sich über unsere Machtmissbrauch beschweren. Dann vergiss es. Das Gräuel ist getan. Die Wörter sind fort. Und die, die was wissen, werden nichts sagen. Wenn die Stadt solche Schufte duldet, soll sie auch den Preis dafür zahlen. Das garantiere ich dir. Äh, okay. Die sind ja krass drauf. So. Und dann sagt er zu Church, dass die Schuld so oder so beglichen werden würde. Ich beneide ihn nicht. Er hat harte Zeiten vor sich. Was darfst du planen? Ich weiß nur, dass es nichts Gutes ist. Keine Tafahr bei ihm. Bestimmt suchen sie einen ruhigen Platz für ihre Bluttate. Ich habe gehört, seine Arbeit läuft nicht ohne lautes Jammern und Kreischen ab. Da fällt mir ein, wir sollten morgen kein frisches Fleisch kaufen. Gute Entscheidung. Es wird dir bekannt gegeben. Jetzt hat die Konkrete der Konkurrenz. Alter, Folter. Was ist denn bei D los? Was? Ich hole ihm Hilfe an. Doch sie schickten mich weg. Sagten, alles wäre unter Kontrolle. Wie seltsam. Haben sie gesagt, was passiert ist? Nein. Nur, dass es nichts Schlimmes sei und er bald wieder nach Hause käme. Ich habe Blut gesehen. Ich frage mich, ob es sich doch ernster war, als sie zugaben. Wohin brachten sie ihn? In Richtung des Hügels. Vielleicht gibt es einen Arzt im Vor. Seht ihr, Charles? Wir werden Chad schnell finden, wie ich gesagt habe. Wenn ich fragen darf, Jean, wo habt ihr das alles gelernt? Wenn man so aufgezogen wird wie ich, ist das eine Voraussetzung. Wahrnehmung ist fundamental für den Orden. Sie führt die Füße beim Laufen und Klettern. Steuert die Hände beim Zuschlagen im Kampf. Aber das Wichtigste sind die veränderten Sinne. So beginnen wir, die Welt ganz anders wahrzunehmen. Ja, ja, helfen. Wir wissen alle, woher du kommst. Ich will kurz hier mal den Aussichtspunkt machen. Kurze synchronisieren. Giles, folge mir. Wir müssen Church retten. Der scheint in Schwierigkeiten zu sein. Charles! Alter. Behindernd, man kann hier nicht die Abkürzung nehmen, weil man noch Begleiter hat. Sir, zügelt eure aufbrausende Natur. Vorsicht. Das Haus ist gut bewacht. Wir müssen an ihn vorbeischleichen. Die Wunder der Welt zu alltäglichen Preisen. Okay, wie kommen wir jetzt auf die andere Seite? Ich würde sagen Ich würde sagen Was? War nicht ganz so wie ich gehofft habe, aber in Ordnung Ich will nur auf die Hier rauf kommen Ich würde sagen, ich würde sagen Zu gesperrt Ich muss den Schlüssel suchen Love it here Ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen Ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen Also wir brauchten nur einen, der den Schlüssel hat Dann war das ja easy Dann war das easy Warum musst du denn immer alles so schwer machen, Benjamin? Gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen Ich zahle nicht für Schutz, den ich nicht brauche Aber du brauchst eindeutig unseren Schutz Sonst wären wir nicht hier, das ist ekelhaft Also, was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht die Hände ab Dann wäre es essig mit der Chirurgie Oder seine Zunge Dann ist Schluss mit dem Gebärbel Oder ich schneide ihm den Schwanz ab Piste uns nicht mehr ans Bein Drei Möglichkeiten Ich kann mich nicht entscheiden Mach halt alles Einen Moment, Silas Vielleicht habe ich eben etwas hastig abgelehnt Es tut mir so leid, Benjamin Aber diese Tür ist jetzt zu Sei vernünftig, Silas Oh, ich glaube, das war ich Aber du hast meine großzügigkeitsgenutzt Ich lass mich nicht nochmal zum Narren halten Ich fürchte, mein Magen verkraftet es nicht So eine Barbarei zu sehen Gib Bescheid, wenn es vorbei ist, Cutter Das beröscht du, Seilich, hörst du? Das kostet deinen Kopf Nein Das glaube ich wirklich nicht Bist du von mir? Bist du was davon? Ich werde mir ein paar Trophäen nehmen Du bist völlig wahnsinnig Die allerrichtigen Künstler Nur ein kleiner Stich Halt die Fresse, Spasti Wer? Wer seid ihr? Ethan Kenway Zu harem Dienst Aber ich verstehe nicht Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church Ich werde alles erklären Ich nehme an Vielen Dank.